Burma, Myanmar. Asien erleben wie vor 40 Jahren. Ein Beitrag von 280 Countries. Im Zeichen der Öffnung und Demokratisierung des Landes in den 2010er Jahren konnte ich einen langgehegten Wunsch verwirklichen. Eine Reise nach Myanmar ins ehemalige Burma. Ich starte im Norden in Mandalay, reise mit dem Linienschiff auf dem Irawadi in die Pagodenstadt Pagan und fliege schließlich in die Hauptstadt Rangoon, Yangon. Erster Tag. Die Anreise in den Norden Burmas erfolgt am besten von Bangkok nach Mandalay, die zweitgrößte Stadt des Landes. Hier war im 19. Jahrhundert von 1857 bis 1885 der Königssitz des Landes. Der aus Holz erbaute Königspalast auf einem 4 Quadratkilometer großen, mit einem breiten Wall- und Wassergraben umgebenen Gelände gelegen, wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem britischen Angriff auf die japanisch besetzte Stadt zerstört. Die Gebäude wurden mittlerweile rekonstruiert. Die Altstadt ist mit quadratisch angeordneten Straßenzügen wie in Manhattan und Mannheim angelegt. Mein Hotel 8 liegt sehr zentral in der 29. Straße, in der es im westlichen Abschnitt auch einen bunten Markt gibt. Hier werden tropische Früchte, Gemüse, getrocknete Krabben und Fische angeboten. Um die Ecke des Hotels liegt das Chan-Restaurant Chan Mama. Hier schaut man zuerst in die Töpfe der Köchin, sucht sich etwas aus und bestellt dann die gewünschten Speisen wie Fisch, Curries und Eintöpfe. Mandalay ist ein bedeutendes Zentrum buddhistischer Mönche in Burma mit einigen wichtigen Tempeln und Pagoden. Ich miete im Hotel einen Honda-Automatik-Roller und mache mit ihm einen Ausflug. Das größte Buch der Welt, so wird die Kutadav-Pagode in der Reiseliteratur, in Rundreiseprogrammen und Fernsehdokumentationen genannt. Zu verdanken hat die Pagode diesen Ehrentitel, den 729 von beiden Seiten beschriebenen Marmortafeln, auf denen die gesamte buddhistische Lehre niedergeschrieben wurde. Zur 5. Synode im Jahr 1871 gedachte König Mindon dem 2400. Todestag des Gaudama-Buddhas und berief 2400 Mönche ein, die aus den Heiligen Schriften rezitierten und sich anschließend auf diese einheitliche Fassung der Lehre einigten. Alles zu lesen würde bei einem normalen 8-Stunden-Tag etwa 450 Tage dauern. Die baumesischen Inschriften waren einst in Gold geschrieben, später wurden die einzelnen Wörter aus Kostengründen nur noch mit schwarzer Farbe nachgezogen. Für jede Tafel baute man einen eigenen kleinen, schneeweißen Pavillon. Nördlich der Stadt ragt der Mandalay-Hill 236 Meter hoch über der Irawadi-Ebene empor. Von den Terrassen der Wunsch-Erfüllungspagode auf dem Gipfel hat man bei Sonnenuntergang einen weiten Blick über die Reisfelder und Bewässerungsanlagen im Norden, den Lauf des Irawadi und die Hügel von Sagaing und Mingin im Westen bis zu den malerischen Scharnbergen im Osten. Ein Kloster am Fuß des Berges birgt einen Reliquienschatz mit Knochen von Buddha. Eine eintägige Bootsreise auf dem Irawadi Zweiter Tag Von Mandalay reise ich ab dem frühen Morgen mit dem hölzernen Passagierschiff MS Malika in 10-stündiger Fahrt flussabwärts nach Bagan. Kurz hinter dem ersten Höhepunkt der Fahrt, den Pagoden von Sagaing und der Eisenbahn und Straßenbrücke über den Irawadi, muss das Schiff wegen dem starken Frühnebel eine halbe Stunde ankern. Die nächste Brücke kommt dann erst wieder nach 8 Sonnenstunden und einer beschaulichen Fahrt auf dem Fluss am späten Nachmittag in Sicht. In der Abenddämmerung tauchen schließlich die Silhouetten der ersten Tempel von Bagan auf. Die einzige Herausforderung der Fahrt ist das Aussteigen am Bootsanleger in Yangu auf einem schmalen Balken bis ans lehmige Ufer. Nicht zu beneiden ist der Österreicher, der sämtliche Bierflaschen und fast das ganze Dosenbier aus dem großen Kühlschrank an Bord vernichtet hat. Da ich hinter mir weder einen Schrei noch ein Aufplatschen höre, hat er den Balanceakt wohl auch geschafft. Ich zitiere aus meinem Serviceteil. Das Holzboot MS Malika hat ein Hauptdeck mit Tischen und ein Oberdeck mit Liegestühlen und Baldachin. Es gibt morgens ein einfaches Frühstück und mittags ein kleines Reisgericht im Preis von ca. 32 Euro inklusive. Außerdem gibt es gegen Bezahlung gekühlte Getränke. Die landschaftlichen Höhepunkte passiert man nach dem Ablegen und am späten Nachmittag. Ansonsten ist die Landschaft etwas monoton im Vergleich zu einer Fahrt auf dem Mekong. Die Abwicklung der Buchung über Internet war problemlos. Bei Ankunft in Bagan mit dem Schiff oder Flugzeug muss eine Eintrittskarte für die archäologische Zone gelöst werden. Sie gilt fünf Tage und kostet 15 Euro. Der Tempelbezirk von Bagan UNESCO-Weltkulturerbe Ich wohne im Hotel Skyview zwischen dem Bootsanleger und dem Flughafen gelegen. Das moderne Haus hat eine große schöne Dachterrasse, auf der das Frühstück eingenommen wird. Im Hotel kann man aus einem großen Fuhrpark einen der Erola mieten und so kann ich schon zum Abendessen in das Dorf fahren und in den nächsten Tagen das 40 Quadratkilometer große Gelände mit mehr als 2000 Tempeln und Pagoden erkunden. Dritter Tag Um einen Eindruck vom Leben von König Anafrata und seinem Hofstaat im 11. Jahrhundert zu bekommen, fahre ich nach dem Frühstück zunächst zum Goldenen Palast, einem Nachbau einer historischen Anlage aus neuerer Zeit. Zu sehen gibt es acht große Hallen und Pavillons, darunter die Halle mit dem Löwenthron, die Zeremonienhalle, die Diplomatenhalle, das Schatzhaus und der Maßstall. In der Nähe befindet sich der 50 Meter hohe Ananda-Tempel mit seiner vergoldeten Spitze. Er stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist einer der größten Bauwerke in Bagan. In seinem Inneren beherbergt er vier über zwölf Meter große vergoldete Buddha-Figuren. 46 Meter hoch ist der Tiluminio-Tempel aus dem 13. Jahrhundert. An der lebhaften Anlegestelle in Alt-Bagan steht eine goldene Pagoda auf einer Terrasse oberhalb des Irawadi. Am Fluss ist ein ständiges Kommen und Gieren zu beobachten. Oberhalb sind Verkaufsstände für Obst, Gemüse und Feuerholz aufgebaut. Fliegende Händlerinnen verkaufen in fettfrittierte Maisplätzchen für den Hunger zwischendurch und Taxis und Pferdefuhrwerke warten auf Kundschaft. Hier ist ein Logenplatz zu jeder Tageszeit, besonders aber zum Sonnenuntergang. Vierter Tag Schon während des Frühstücks auf der Dachterrasse meines Hotels habe ich einen wundervollen Blick auf die ausgedehnte archäologische Zone von Bagan. Auf den unbefestigten Wegen begegnen mir immer wieder Pferdekutschen mit Touristen. Für eine Besichtigung zu Fuß ist das Gelände viel zu weitläufig. Für betuchte Touristen bietet sich auch eine Ballonfahrt am frühen Morgen an. Neben den Tempeln und Pagoden gibt es auch einige buddhistische Klöster zu sehen, wie das Sulamani-Kloster. Hier ist die Umfassungsmauer mit den eingebauten Toren aus dem 12. Jahrhundert recht gut erhalten. Für die Mittagspause und abends finde ich immer wieder nette Terrassenlokale, die meist vier Länderküchen auf einer Speisekarte anbieten. Chinesisch, Thai, Burmesisch und Italienisch. Ganz nach dem Geschmack der internationalen Gäste folgend. Auf einigen der Tempel in der archäologischen Zone kann man ebenfalls den wunderbaren Sonnenuntergang genießen. Allerdings muss ich dazu meine Höhenangst an den steilen Aufstiegen überwinden. Fünfter Tag Der Flughafen von Yang-U hat ein Dach in Form eines Tempels. Die Abfertigung in Burma ist etwas unorthodox. Jeder Reisende bekommt einen kleinen, runden Aufkleber der jeweiligen Fluggesellschaft zur Identifizierung auf das Hemd oder die Bluse. Nach gruppenweisem Aufruf und passierender Sicherheitskontrolle mischen sich die zuvor nach Fluggesellschaft getrennten Reisenden wieder in einer großen Wartehalle. Mit Luxaugen schiele ich auf die Mitreisenden mit meinem Aufkleber, um den richtigen Shuttlebus zum Flieger zu erwischen. Das klappt gut und mit einer Turboprop-Maschine der Yangun Airlines geht es für mich schließlich über den Irawadi entlangs südwärts in die 500 Kilometer entfernte Metropole Rangun, Yangun. Ein Fahrer wartet auf mich am Flughafen, um mich ins Hotel zu bringen. Das moderne Hotel Accord liegt in einem Wohnviertel nördlich der Svetagon-Pagode. Auf der Dachterrasse des siebenstöckigen Gebäudes gibt es zwei Holzbänke mit einem schönen Blick auf den Tempel vor dem Hotel mit allabendlichen Veranstaltungen und Gesängen und der majestätischen Svetagon-Pagode in der Ferne. Ein luftiger Platz am späten Abend, perfekt mit einem Drink in der Hand und dem Roman Tage in Burma von George Orwell auf dem E-Book. Sechster und siebter Tag Morgens sind die vielen Parks am Inya-See und am Königlichen See im grünen Rangun ein lohnenswertes Ziel. Am Königlichen See schiebt sich immer wieder die Svetagon-Pagode ins Blickfeld. Kleine Freiluft-Cafés laden zu einer kurzen Rast ein und am Ufer ist der beeindruckende Nachbau der Königlichen Barke verteut. Auf ihr befindet sich ein bekanntes Buffet-Restaurant. Weiter südlich, am lebhaften Ufer des Yangon-Flusses, legen die Fähren aus den Vororten an. Morgen strömen die Menschen an zahlreichen Marktständen, die frischen Fisch verkaufen, vorbei in Richtung Innenstadt. Dabei überqueren sie die Strand Road mit dem traditionsreichen Strandhotel, erbaut 1901 und bald danach übernommen von den Sarkhirs-Brüdern, denen auch das bekannte Reffels-Hotel in Singapur gehörte. Die Altstadt mit ihren renovierten und auch teilweise noch dem Verfall preisgegebenen Kolonialbauten sollte in keinem Besichtigungsprogramm fehlen. Ich laufe vom Yangon-Fluss in nördliche Richtung am Stadtbüro von Myanmar National Airlines und dem Gebäude der Hafenverwaltung vorbei bis zum Telegrafenamt. Hier biege ich links ab auf die Mahabandula Road und erreiche nach 300 Metern den gleichnamigen Park mit der baptistischen Kirche St. Emanuel. Das Zentrum der Altstadt bildet die Sule-Pagode in der Mitte eines kreisförmigen Platzes. Nach einer Legende soll die Pagode bereits zu Lebzeiten Buddhas vor mehr als 2600 Jahren erbaut worden sein. Die Monarchitektur des Bauwerks lässt immerhin auf ein Alter von fast 2000 Jahren schließen. Am wichtigsten ist jedoch die auf einem 60 Meter hohen Hügel stehende Schwedagon-Pagode nördlich der Innenstadt mit ihrer 99 Meter hohen Stupa. Von jeder Himmelsrichtung gibt es einen überdachten Aufgang zum Tempelplateau und an dessen Seite jeweils ein Aufzug. Oben eröffnet sich dann eine eigene Welt. Die Wirkung auf den Betrachter ist nur mit dem Anblick der Kathedrale von Reims oder dem des Taj Mahal zu vergleichen. Das bedeutendste Heiligtum der Buddhisten in Burma wirkt wie eine Fantasiewelt. Im Mittelpunkt steht die komplett mit Gold überzogene Pagode. Das Gewicht der Goldplatten wird auf 60 Tonnen geschätzt. Die Wetterfahne, die sich im Wind bewegt, ist mit 1000 Diamanten, Rubinen und Saphiren verziert, unter anderem mit 1100 Diamanten im Gewicht von 278 Karat. Am obersten Teil des Hittis befinden sich 4351 Diamanten mit 1800 Karat Gewicht. An der Spitze glitzert im Sonnenlicht ein 76-karätiger Diamant. Auch die vielen Gebäude und Tempel drumherum sind von großer Schönheit. Alle paar Meter gibt es etwas zu entdecken. Auf dem Boden sitzen betende Pilger, Gesang und der Duft von Räucherstäbchen liegen in der Luft. Überall bewegen sich Gruppen von Mönchen. Es gibt einige Verkaufsstände für Räucherstäbchen, Lotusblüten und kleine Heftchen mit Blattgold. Mehrmals mache ich mich am Nachmittag dorthin auf, um die einzigartige Atmosphäre zu genießen und kehre erst in der Dunkelheit zurück, wobei auf dem Rückweg zum Hotel zwei gute Restaurants liegen, darunter ein hochgelobter Thai. Mein Fazit Myanmar, Burma ist ein sicheres Reiseland, ganz ohne Hektik und mit viel geruhsamer Gelassenheit. Perfekt für eine gute Erholung. Diese Reise fand im November, Dezember 2016 statt. Ich bin allein gereist. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören! Vielen Dank!